Neben der Temperatur ist das Enzym Rubisco der zweite wichtige Grund für die Photorespiration oder Lichtatmung bei Pflanzen. Die CO2-Fixierung ist ein zentraler Schritt in der Photosynthese. Das Enzym Rubisco nimmt ein CO2-Molekül und katalysiert die Verknüpfung mit dem Akzeptor Ribulose 1,5-Bisphosphat. Das kommt auch im Namen des Enzyms zum Ausdruck. Ribulose 1,5-Bisphosphat-Carboxylase bedeutet, dass es ein CO2-Molekül an den Akzeptor anhängt. Der Akzeptor wird karboxyliert. Das Enzym Rubisco hat allerdings ein ganz grosses Problem. Es kann nicht gut zwischen CO2 und Sauerstoff unterscheiden. Oder deutlicher formuliert, die Rubisco arbeitet fehlerhaft. Anstelle des Kohlendioxids verwendet das Enzym recht häufig ein Sauerstoffmolekül und hängt dieses an den Akzeptor dran. Die fehlerhafte Arbeitsweise kommt ebenfalls in seinem Namen zum Ausdruck. Ribulose 1,5-Bisphosphat-Oxygenase bedeutet, dass es den Akzeptor mit einem Molekül Sauerstoff verknüpft. Die Temperatur beeinflusst, wie genau oder ungenau die Rubisco arbeitet. Wenn es kühler ist, dann ist vergleichsweise mehr CO2 gelöst als Sauerstoff. Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb höher, dass die Rubisco ein CO2-Molekül erwischt und Biomasse aufgebaut wird. Wird es wärmer, reduziert sich die Löslichkeit von CO2 schneller als die Löslichkeit von Sauerstoff. Damit verschiebt sich das Verhältnis zugunsten des Sauerstoffs. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Rubisco ein O2-Molekül einbaut. Deshalb nimmt bei steigenden Temperaturen die Photorespiration zu und die tatsächliche Photosynthese ab. Die Verwendung von Sauerstoff im Kalvinzyklus hat wahrscheinlich keinen biologischen Nutzen für die Pflanze. Im Gegenteil, er kostet sie Energie und Biomasse. Wir wollen verstehen, weshalb der Preis dafür so hoch ausfällt. Diese Abbildung zeigt, was biochemisch bei der Photorespiration geschieht. In grün ist der reguläre Kalvinzyklus angegeben. Hier ist alles in Ordnung. In blau sehen wir die Reaktionen der Photorespiration. Der Kalvinzyklus ist stark reduziert angegeben. Nur gerade zwei Verbindungen sind aufgeführt. Der Akzeptor, Ribulose-1,5-Bisphosphat und das erste stabile Produkt, 3-Phosphoglycerat. Alle anderen Reaktionen sind hier drin zusammengefasst. Wenn alles nach Plan läuft, verwendet die Rubisco CO2 als Substrat und es entsteht neue Biomasse. Weil das Enzym Rubisco aber nicht gut zwischen CO2 und Sauerstoff unterscheiden kann, erwischt es ab und zu ein Sauerstoffmolekül. Damit beginnt die Photorespiration. Als Produkte entstehen 3-Phosphoglycerat und Phosphoglycolat. Das Molekül 3-Phosphoglycerat kommt auch normalerweise im Kalvinzyklus vor, wenn CO2 fixiert wird. Es kann deshalb ohne Umwege zurück in den Kalvinzyklus. Dafür ist keine Energie erforderlich und der Kohlenstoff bleibt erhalten. Problematisch dagegen ist Phosphoglycolat. Dafür hat der pflanzliche Stoffwechsel keine Verwendung. In einem aufwendigen Prozess hier unten wird Phosphoglycolat in eine Substanz umgewandelt, die wieder in den Kalvinzyklus eintreten kann. 3-Phosphoglycerat. Ziel der Umwandlung ist es, so viel Kohlenstoff aus Phosphoglycolat zu retten oder zu rezyklieren wie möglich. Betrachten wir, was dabei genau geschieht. Zunächst wird Sauerstoff verbraucht, und das gleich zweimal. Durch die Rubisco und bei der Regeneration des Glykolats. Dadurch entsteht Glyoxylat, das in die Aminosäure Glycin umgewandelt wird. Aus zwei Molekülen Glycin wird ein Molekül Serin. Von den vier eintretenden Kohlenstoffatomen wird eines als CO2 abgespalten und freigesetzt. 75% des Kohlenstoffs werden rezykliert. 25% gehen verloren. Hier geschieht genau das Gegenteil von dem, was mit der Photosynthese erreicht werden soll. Und zum Schluss kostet die Umwandlung der Moleküle auch noch Energie in Form von ATP. Das hat der Photorespiration ihren Namen gegeben. Sauerstoff wird verbraucht, CO2 freigesetzt, Energie muss aufgewendet werden und der Prozess läuft nur ab, wenn Licht vorhanden ist, weil nur dann Photosynthese möglich ist. Die Rezyklierung des Phosphoglykulats hier unten ist eine recht komplexe Angelegenheit, an der mehrere Zellorganellen beteiligt sind. Der Calvin-Zyklus und damit auch die Bildung von Phosphoglykulat erfolgt in den Chloroplasten. Nach der Abspaltung eines Phosphats wird Glykulat aus dem Chloroplasten exportiert und gelangt via Zytosol, das ist der weisse Spalt hier, in die Peroxysomen. In den Peroxysomen angekommen, wird das Glykulat oxidiert. Die abgespaltenen Elektronen werden auf Sauerstoff übertragen. Deshalb ist hier nochmals O2 erforderlich. Bei dieser Reaktion entsteht Wasserstoffperoxid. Das ist das H2O2 hier. Die Verbindung ist sehr reaktiv und damit toxisch. Biochemische Reaktionen, bei denen Wasserstoffperoxid entsteht, erfolgen meist in den Peroxysomen. Diese Zellorganellen verfügen über Katalasen, welche die entstehenden Peroxide abbauen. Dadurch sind die restlichen Zellkomponenten vor dem aggressiven Wasserstoffperoxid geschützt. Für den weiteren Umbau gelangt der Kohlenstoff via Zytosol in die violetten Mitochondrien und von dort zurück in die Peroxysomen. Schliesslich erreicht er in Form von Glycerat die Chloroplasten. Nach der Phosphorylierung, wofür ATP erforderlich ist, erreicht er endlich wieder den Calvin-Zyklus. Als 3-Phosphoglycerat kann er dort erneut eintreten. Wir verstehen die Bedeutung der Photorespiration bis heute nicht abschliessend. Schliesslich ist die Rubisco nicht irgendein Enzym. Es sitzt an einer Schlüsselposition und versorgt fast alle Ökosysteme mit organischem Kohlenstoff. Damit hat es eine zentrale Bedeutung in der Natur. Eine Hypothese geht davon aus, dass bei der Entstehung der Photosynthese die Atmosphäre viel mehr CO2 und noch kaum Sauerstoff enthielt. Daher musste die Rubisco nicht zwischen den beiden Gasen unterscheiden können. Das mag durchaus so gewesen sein. Doch seither hätten Evolutionsprozesse mehr als genügend Zeit gehabt, das zu ändern. Die Entstehung der vielzelligen Pflanzen und Tiere erfolgte in einem viel kürzeren Zeitraum und war deutlich komplexer. Bei einem einzelnen Enzym die Substratspezifität zu verbessern, wäre in so grossen Zeiträumen evolutiv sicher möglich gewesen. Die zweite Hypothese nimmt an, dass die Photorespiration eine Schutzwirkung hat. Wenn die Pflanze an einem trockenen Tag zu wenig Wasser hat, schliesst sie die Spaltöffnungen. Dadurch kann kein CO2 mehr ins Blatt gelangen. Die Sonne scheint aber weiterhin und treibt damit die Lichtreaktion an. Die angeregten Pigmentmoleküle müssen die absorbierte Energie weiterleiten können, weil sonst Schäden durch Oxidationsprozesse drohen. Damit die Lichtreaktion weiterhin ablaufen kann, muss das dabei entstehende ATP und NADPH über die Photorespiration abgebaut werden. In diesem Szenario wäre die Photorespiration eine Art Überdruckventil. ein bisschen Wir 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 bar